Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format der Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich bin nämlich immer noch Gast bei Rüdiger Dahlke zu Hause im Südtirol, wo er sich hier eine richtig große Oase aufgebaut hat, wo viele Menschen hier sein dürfen und lernen zu atmen, lernen zu essen, lernen Yoga zu machen, lernen die Natur zu schätzen und das ist richtig, das ist unser Format, die Naturmedizin und genau das praktiziert er hier. Lieber Rüdiger Dahlke, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Bitte gern, wir sind in Südsteiermark, nicht in Südtirol. Entschuldigung, genau, Südsteiermark. Ich wohne auch nicht hier, ich arbeite hier. Ich wohne hier in Zypern. Ach, immer. Also meine Freizeit schreiben und so, das ist in Zypern, aber die vielen Seminare, die habe ich schon hier. Okay. Ich möchte gern mit dir ein Thema durchgehen, was mich total fasziniert. Wir hatten kürzlich einen Wissenschaftler bei uns, einen Neurowissenschaftler, der hat ein Gerät entwickelt, wo man doch tatsächlich innerhalb von drei Monaten eine Sprache lernt zu sprechen. Ich habe gesehen, du kennst dieses System. Ja, das kenne ich. Genau. Und ich habe mir nur überlegt, wenn man ja innerhalb von drei Monaten eine Sprache lernen kann über das Unabendige immer wiederholen ins Unterbewusstsein, was könnte denn so ein System oder diese Art und Weise angewendet in der Medizin bewirken? Na, das wird auch schon angewendet. Also ich wende das ja auch an und empfehle das ja auch sogar. Neos heißt das. Und habe das früher schon, die Vorstufe, schon Thinkman hat das geheißen, das ist schon Jahre her. Das ist, also mir ist auch über die Sprachen so nahe gekommen. Ich habe mein Englisch sehr schnell wieder auf diesen College Stand von damals gebracht und habe auch Italienisch so gelernt, dass ich träumen kann und verstehen, was die sagen. Und ohne, dass ich je ein Buch gelesen hätte, sollte man allerdings natürlich schon tun. Aber hatte ich die Zeit nicht. Also der springende Punkt ist aber eigentlich für mich immer gewesen, dass man mit diesem Gerät ganz offensichtlich Einfluss nehmen kann auf die Hirnwellen und auch die Synchronisation. Man kann ruhiger werden damit. Es gibt auch so verschiedene Einstellungen darauf. Direkt aufs Herz gerichtet, mehr aufs Hirn gerichtet, auf beide gerichtet. Wobbeln heißt eine, die ich oft nehme. Also ich kann das wirklich merken. Da ist was dran. Und natürlich ist es auch eine Methode, um diese Negativprogramme, die wir haben, ich schaffe es nie, ich kann das nicht, ich bin nicht hübsch und was wir alles da haben, dass wir die mindestens mal ausgleichen können. Ich bin jetzt kein großer Anhänger der Affirmationen. Aber natürlich, wenn wir so viele negative Programme in uns haben, wäre es schon gut, da ein Gegengewicht zu schaffen. Und mit dieser, der Neos, der geht über Knochenleitung. Ja, ich picke mir das einfach auf die Waden zum Beispiel und kann beim Autofahren, kann das arbeiten, kann das werken. Oder beim Schlafen. Beim Schlafen sogar auch. Großen Zeh hat er es immer zum Beispiel in der Nacht. Aha, okay. Ja, also da ist es egal. Sollten keine Haare dazwischen sein. Aber ansonsten kannst du das natürlich überall reinspielen. Und dann hast du diese üblichen Abwehrreaktionen nicht. Ja, also wenn du jetzt ein Programm reinspielst, das deine Gesundung anregt. Ich habe die Kraft, gesund zu werden oder so etwas. Also eine Affirmation der positiven Art wäre auch dieses christliche, liebet eure Feinde, liebt deine Feinde, schau dir deinen Schatten an, sei offen dafür. Da kannst du natürlich sehr viele sehr positive Dinge auch reinbringen. Da sind ja auch solche Gesundungsprogramme mit dabei und so weiter. Man kann das einfach auch gut kombinieren. Wir können immer mehr Einfluss nehmen. Die Jungen nennen das ja Biohacking, indem sie auch auf der körperlich, pflanzlich, ernährungstechnischen Ebene anfangen, solche Dinge zu machen. Da gibt es heute viele Möglichkeiten. Ich hatte es schon mal auch angedeutet, dass natürlich die Art, wie wir uns ernähren, der Brennstoff auch fürs Hirn unglaublich wichtig ist. Ja, also wenn wir schlechtes Benzin in einen guten Motor geben, dann rupft das so. Hatten wir früher im Ostblock oft. Das ist ein bisschen ähnlich, wenn wir im Körper also schlechte Nahrung haben, dann läuft das unruhend, das System. Und am wesentlichsten ist es, glaube ich, fürs Gehirn. Das reagiert auch am schnellsten. Und es geht natürlich viel, viel mehr über das Gehirn, als wir uns heute vorstellen können. Also der Bernhard Ludwig, ein Freund, der viel Kabarett macht mit wissenschaftlicher Information, der sagt zum Beispiel Orgasmus. Ja, also das geht natürlich, der Orgasmus entsteht im Hirn und er kann natürlich über Worte sozusagen, über Geschichten auch ausgelöst werden. Und das Ohr ist offensichtlich näher am Hirn als jetzt die primären Geschlechtsorgane. Aber das ist bei uns weitgehend in Vergessenheit geraten. Aber wir können solchen Einfluss nehmen. Also ich würde zum Beispiel allen, die Probleme haben mit Nervenfunktionen, mit Hirnthemen, immer unbedingt raten, Gluten wegzulassen. Ja, dieser Kleber aus dem Weizen vor allem, aber auch aus der Gerste, aus dem Roggen und so weiter. Neuen Ding, modernen Dinkel ist der auch drin, modernen Hafer. Wenn ich den weglasse, ist mein Hirn viel klarer, mein Abstraktionsniveau viel tiefer, meine Meditation viel schöner. Deswegen bin ich früher immer noch in den Osten gefahren, nach Bali, Sri Lanka, Indien. Da war ich so viel besser drauf, hirnmäßig, meditationsmäßig. Bis ich gemerkt habe, das liegt am Gluten. Dort esse ich Obst, Gemüse und Reis. Da ist kein Gluten drin. Bei uns esse ich halt Obst, Gemüse und Brot, rasig Brot. So, das haben wir inzwischen völlig gestrichen. Hier in Tamangar gibt es inzwischen das Tamangar-Brot, schmeckt besser und enthält kein Gluten mehr. Also ich habe das gegessen heute früh und ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist genial. Ja, schmeckt gut. Also das ist ein sehr gutes Rezept, was aus meiner Sicht viel besser schmeckt als früher Vollkornbrot. Und Vollkornbrot hat einen hohen glykämischen Index, furchtbar, also wie Zucker fast. Ja, geht fast sofort ins Blut. Ja, also das ist wirklich nicht eine günstige Geschichte. Und ich kann das von mir sagen, aber auch von vielen anderen. Ich habe meine Ernährungsberater-Ausbildung Peace Food. Da habe ich den ganzen Kurs angeboten, für eine Woche lang auf Gluten zu verzichten. Das Hotel hat das mitgespielt. Peace Food, also ist ja sowieso pflanzlich vollwertig, jetzt auch noch Gluten weg. Und da hat nachher über 80 Prozent deutliche Verbesserungen erlebt, was Schlafstörungen angeht und solche Dinge. Und vor allem Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit verschwindet. Das ist wirklich für viele Leute, nicht nur für den Magen-Darm-Trakt, also da ist ja sowieso bekannt, sondern auch für die Haut und so. Also viele Vorteile und besonders eindrucksvoll waren die fürs Gehirn. Da im Hirnachse wahrscheinlich, oder? Auch die gibt es natürlich ja und kommt immer mehr ins Gespräch heute. Also die Medizin, Gott sei Dank, kommt ja aus diesem völlig platten Reduktionismus jetzt allmählich ein bisschen mehr zurück darauf, dass die verschiedenen Logen in den verschiedenen Logen wieder miteinander reden. Also eben die Neurologen dann tatsächlich auch mal mit den Gastroenterologen zusammenkommen und dann finden wir raus, dass Parkinson aus dem Darm kommt und auch MS da Wurzeln hat und so weiter. Da tut sich einiges. Fürs Gehirn natürlich auch. Also zum Beispiel so in den USA ist da viel am Laufen. Bulletproof Coffee. Was machen sie da? Da geben sie in normalen Kaffee dann also MCT-Öl rein, das sind die Mittel-Chain-Triglyceride, also die mittelkettigen Triglyceride, Kokosöl, das Beste aus dem Kokosöl, MCT-Öl, gibst am Anfang einen Teelöffel, dann einen Esslöffel, in den Kaffee rein. Die tun auch Butter rein, das würde ich dann echt nicht tun. Aber da kannst du einiges machen, sodass du wirklich sehr direkt aus dem Kokosöl die Energieträger ins Gehirn bringst. Es ist sowieso so, dass wir mit einer ketogenen Ernährung 25% besser funktionieren im Hirn. Ketogen heißt kohlenhydratarm, gar kein raffiniertes, aber viel Eiweiß, viel Fett und das ist fürs Hirn wirklich so eine, wie soll man sagen, Energienahrung. Das treibt dich an. Also merkst du, Kaffee hat das ja sowieso schon, aber es kommt dann noch mehr zusammen, wenn du sowas machst. Also da lernen wir immer mehr. Es geht ja bis hin zu diesem, wie sagen sie, Gottes Helm. Du setzt einen Helm auf, der tut bestimmte Areale deines Gehirns beeinflussen mit elektromagnetischen Wellen und du hast Einheitserfahrung und so weiter. Ich meine, der kostet 20 Millionen Dollar. Habe ich mir noch nicht gekauft. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Der Eggelsberger, so ein privat gelehrter Ingenieur eigentlich in Wien, der hat viele Dinge da entwickelt, wie du direkt Einfluss nehmen kannst aufs Gehirn über solche kleinen Wundermaschinen, sage ich jetzt mal. Der sicher ausgereifteste, ausgefeiltest, ist der Neos. Ja, und das ist einfach ein super einfaches Ding. Den möchte ich nicht mehr nissen. Da möchte ich wirklich nochmals einsetzen, weil diese vielen Gedankenmuster, die Menschen mit sich tragen, speziell auch Menschen, die krank sind oder sagen wir ganz einfach eine Diagnose. Zack, vorm Arzt kriege ich eine Diagnose darüber, ab dem nächsten Tag bin ich krank. Ich komme gesund, bin ich nachher krank. Und jetzt kreist ja meine Gedanken, die unbewussten Gedanken, diese viele Fülle, ich glaube 60.000 sind es pro Tag ungefähr, und 600 könnten wir wiederholen irgendwie am Abend. Also sind die anderen 59.400 unbewusst. Und die machen uns ja aus. Und wenn die sich ja um die Krankheit herum kreisen, oder ich bin nicht schön, wie du gesagt hast, oder ich bin nicht liebenswert, dann werde ich doch entweder bin ich krank oder ich werde krank durch diese Denkmuster. Und jetzt kommt dieses moderne wissenschaftliche, neurowissenschaftliche Gerät hierher, das eigentlich hier Einfluss nimmt in dieses Unterbewusstsein, oder? Ja, und sogar gibt es schon Studien dazu. Also in Universität Mainz haben sie eine Studie dazu gemacht. Ganz eindrucksvoll, dass das wirklich wirkt und an der richtigen Stelle ankommt, also im Sprachzentrum, wenn man die Sprache da trainiert. Jetzt würden solche Sätze, die das relativieren oder aufheben, diese Negativprogramme, die so viele haben, die würden nach allen Erfahrungen auch an den richtigen Ort dann kommen. Also insofern kann man da einiges mitmachen. Die haben auch schon so ein Programm, wieder gesund werden, oder wie das heißt, ein bisschen in die Richtung. Also da ist sicherlich in Zukunft vieles möglich. Ich meine, das war schon immer so. Das ist von der Schulmedizin so eklatant missachtet worden. Also habe ich schon in Zusammenarbeit mit Professor Volker Zahn, der mir auch Frauenheilkunde geschrieben hat und mit der Margit. Das macht keinen Sinn, dass du zu einer Patientin hingehst und sagst, jetzt kommt ihre Zytostase-Behandlung. Dann hat die so Angst, dass sie das Bluten anfängt, dass ihr die Haare ausgehen. Das wäre so viel geschickter. Du gehst hin zu ihr und sagst, jetzt kommt ihr Heilungsprogramm. Sie kriegen mal den Kopfhörer auf, machen sie schon mal die Augen zu, gehen sie mal in diese Heilungsphase hinein und dann kommt eine geführte Meditation. Und währenddessen dreht die am Rädchen und dann tropft das Zellgift Zytostaticum in den Spiegel. Und dann arbeitet diese Patientin sozusagen an der Seite des Immunsystems mit dem Zytostaticum gegen die Krebszellen. Das ist ja schon längst machbar. Da hat Carl Simonton schon, die kannte ich auch, eine Studie dazu gemacht, die wirklich belegt, dass die Überlebenszeit sich mehr als verdoppelt, wenn du mit den richtigen Suggestionen auf dieser Ebene arbeitest, so wie auf meiner Krebs-CD oder diesem Download. Das machen wir schon lange. Das ist letztlich näher an der alten schamanistischen Medizin als an der neuen Neuromedizin. Aber das trifft sich allmählich. Also für die Brain-Light-Sessel zum Beispiel, die es ja bei uns in Dhammangar gibt, da mache ich parallel zu den Lichtreizen auf die Augen und den akustischen Musikreizen, die ja die Gehirnwellen synchronisieren wollen. Und der Shiatsu-Massage, die der auch noch macht, mache ich dazu eine gesprochene Meditation, die das einbaut. Ja, also diese ganzen Effekte, Gehirnwellen-Synchronisierung, Gehirnhälften-Synchronisierung und dann auch diese gesprochenen Inhalte Richtung zum Beispiel Gesundung oder Befreiung, Erleuchtung oder was immer kannst du da ja machen. Und kombinierst das mit dieser Brain-Light-Technologie. Das ist die alte Mind-Maschine, wenn man so will. Jetzt hast du aber sehr viele Aspekte, wo du ansetzt. Das schafft alles Synergien sozusagen. Ich glaube, nach so einer Sitzung ist ein Mensch schon auf einer anderen Ebene. Der ist ein Stück verändert. Das ist was ganz Wesentliches, dass wir diese Dinge auch wirklich nutzen und machen. Also das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Ich habe das eigentlich auf jeder Reise immer dabei und werde jetzt auch mein Griechisch, das ja noch sehr rudimentär ist nach zwei Jahren, das werde ich auch verbessern, weil ich da doch schon... Aber du lernst jetzt schnell Griechisch mit diesem Gerät. Du lernst auch schnell Griechisch, wobei das ist nicht eine Geschichte, die du jetzt einzeln sehen musst. Da kannst du dein Griechisch-Programm laufen lassen. Das läuft ja subliminal sozusagen. Das hört niemand. Du auch nicht. Und du kannst gleichzeitig aber auch Wobbeln, stelle ich gerne ein, heißt es. Also irgendwie Herz und Hirn in Harmonie bringen. Da sind verblüffende Möglichkeiten drin. Die meisten von uns sind so hirngesteuert. Und nicht mal wirklich hirngesteuert, sondern nur linkshemisphärisch hirngesteuert. Ja, also die bedienen eigentlich nur diese rationale, archetypisch männliche Seite. Und schon diese poetische, weibliche fällt schon ganz hinten runter. Da ist vieles drin. Die machen das auch mit Naturgeräuschen und so. Ich zeige das fast in jedem Kurs den Teilnehmern. Damit kannst du auch zeigen, wie durch uns Energie fließt. Machst einen Kreis, zählen Leute, fassen sich alle die Hände an. Ich nehme eine Elektrode in die Hand, du nimmst eine Elektrode in die Hand und dann fließt es da durch. Und wenn einer die Hand... Du hörst es dann auch, das Naturgeräusch, Bachrauschen zum Beispiel. Kaum nimmt einer die Hände auseinander, hört es auf. Ja, so merken alle anderen, die mit dem Gerät gar nichts zu tun haben. Aha, das fließt durch uns durch. Also das sind schon ganz schöne Effekte, die dabei sind. Und ich habe das auch mal empfohlen an alle meine Abonnenten. Das sind ja 60.000. Da haben viele, deswegen weiß ich da einiges darüber, haben viele so ein Sonderangebot dann wahrgenommen von dem Kosis. Und dann habe ich auch Rückmeldungen bekommen, wie denen das gut gefällt und wie das funktioniert für sie. Also da gibt es ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich. Und der Besitzer, Joshua Koberk, der ist auch dahinter, dass das wissenschaftlich erhärtet wird, fundiert wird. Und eben mit der Universität Mainz haben sie da schon einige Fortschritte gemacht, was natürlich super teuer immer ist, aber auch lohnend. Das ist ja doch eine Sache, die ist irgendwie für viele weiter weg als die ganze künstliche Intelligenz und so weiter. Also ich meine, es kommt ja sowieso eine neue Welt auf uns zu. Das muss man einfach doch mal anerkennen. Also dieses Da Vinci Operationssystem, das war am Anfang natürlich, dass jeder sagt, um Gottes Willen, nie. Aber heute, bevor ich mich in irgendeinem Kreiskrankenhaus operieren lassen würde, wäre mir das schon unter Umständen lieber, dass da ein paar Koryphäen das Da Vinci System steuern. Da habe ich, glaube ich, unter Umständen heute schon mehr Chancen. Also diesbezüglich kommt viel auf uns zu an schönen Dingen, auch an Horrorgeschichten, ehrlich gesagt. Also das hat natürlich alles immer nach dem Schattenprinzip eine Licht- und eine Schattenseite. Aber gehen wir nochmals in diese Horrorgeschichten. Im Vorgespräch haben wir noch über diese Placebo-Nocebo gesprochen, vom Zweiten Weltkrieg, wo das Morphium ausgegangen ist und man hat die Menschen operiert mit Kochsalzlösung und sie meinten, sie kriegen Morphium und hatten keine Schmerzen. Also ist ja hier oben doch eine Schaltzentrale, die sehr vieles steuert. Ja, alles fast, kann man sagen. Diese Horrorgeschichten, die wir hören, kriegen wir doch aus dem Kopf raus, wenn wir uns doch mit, wenn wir hier oben uns Informationen zukommen lassen in unser Unterbewusstsein, eben zum Beispiel mit solchen neurowissenschaftlichen Modellen, da müsste doch auch uns selber eine viel grössere Perspektive ermöglichen, oder? Doch, da ist viel Positives auch drin. Das ist ja überall nach dem Schattenprinzip, wo du viel Schatten hast und Manipulation Möglichkeiten hast, auch viel Licht. Manipulation wäre zum Beispiel, wenn sie im Supermarkt spielen, Coca-Cola, 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 aber subliminal in die Musik eingewebt, keiner merkt das, dann kaufen die Whisky-Fans und die Milch-Fans trotzdem Milch und Whisky. Aber die Unentschlossenen, die kaufen plötzlich alle Coca-Cola. So hat der Mitterrand mal die Wahl in Frankreich gewonnen. Die haben in die Nachrichtensendungen, haben die Mitterrand reingeblitzt. Das hat keiner gehört bewusst, aber es hat enorm gewirkt. Also das erleben wir heute. Also Trump ist ja vielleicht mit Hilfe von Cambridge Analytica an die Macht gekommen, wenn man das so jetzt mit Abstand anschaut. So was ist ja inzwischen durchaus denkbar. Die Algorithmen werden immer schlauer. Ja, also dieser Alpha Zero da von Google, der schlägt aber jeden Schachweltmeister, der Computer. Und der hat das in vier Stunden gelernt. Der kann das kombinieren. Der ist nicht mehr gefüttert mit den ganzen Eröffnungen und so weiter. Der hat selbstständig gelernt. Also der Algorithmus ist schlauer geworden von sich aus und lässt die Menschen chancenlos. Also da gibt es natürlich so Übergangsbereiche, wo man so denkt, die Anamnese könnte natürlich viel, viel tiefer werden. Zum Beispiel auch positiv, wenn ein System alle Eventualitäten mit einbezieht. So momentan haben wir das Problem, dass der Haus- und Landarzt, für den ist das häufiger häufig. Und der Uniarzt, für den ist das seltene, speziell und wichtig. Eine Mischung aus den beiden, was ja denkbar wäre mit KI, die wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, weil manchmal ist es auch was ganz seltenes. Und es ist sehr peinlich, wenn du jemanden psychotherapierst und der hat einen Gehirntumor. Und umgekehrt ist das gleiche auch. Also chronische Kopfschmerzen ist dann meistens doch seelisch bedingt. Und da soll es ja keine Hirntumor-Operation anfangen. Wenn wir das kombinieren würden, wären da enorme Chancen drin. Und diese Kosys mit dem NEOS, die sind da schon auf einer ganz pragmatischen Ebene viel weiter. Ja, also kannst du schon sehen, das ist schon anwendbar und funktioniert. Ja, er darf mir einfach viel zu wenig über Medizin sagen, weil er es ja letztendlich sehr auf Sprachen ausgelegt hat. Aber ich habe einfach hinterher gesehen, da muss ein unglaubliches Potenzial dahinter stecken, wenn wir einfach unsere Psyche ein bisschen auffrischen und diese alten Muster loslassen, um die alten Muster loszulassen. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch. Ja, also ich habe das Ding, das ist jetzt noch gar nicht so lang, vielleicht zehn Jahre. Vorher hieß es im Thinkman. Vorher war das von dem Flanagan, dem Amerikaner. Flanagan, das kenne ich auch. Flanagan, ja, ganz genau. Das hieß Neurofon. Das kleine Päsche da. Ja, da habe ich schon mitgearbeitet, damals mit Detlef noch zusammen. Das ist eine schöne Sache, weil zum Beispiel Taube wieder Schwingung wahrnehmen können und wieder ins Leben integriert werden können. Also eine uralte Geschichte. Und Joshua Kobach, der hat das einfach sehr differenziert, vertieft, ausgebaut. Ist heute auch ein relativ kleines Gerät und kann wirklich sehr, sehr viel. Da hast du im kleinsten Raum zwei MP3-Player drin und wirklich verschiedenste Funktionen, mit denen du auch im positiven Sinne Einfluss nehmen kannst. Also das hat mich schon auch sehr überzeugt. Ich bin überzeugt, da kommt noch viel, viel mehr. Ehrlich gesagt. Ja, wirklich zu jedem, ich sage mal, ich hoffe mal, dass es irgendwann mit der Medizin richtig reinkommt, dass man wirklich diese geistige Komponente mit einbezieht in den Heilungsweg des Patienten. Ja, hoffe ich auch immer. Aber ehrlich gesagt, solange die Pharmaindustrie bestimmt, was in der Medizin passiert, und zwar ausschließlich praktisch, wo es keine Studie gibt, die nicht pharmafinanziert ist, praktisch keine, sagt Professor Ludwig, der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission. Wir haben keine irgendwie objektivierbaren Studien, weil wir einfach nichts ohne Pharmageld machen können. So, in dieser Situation sind wir. Da werden die den Teufel tun und ein Gerät wie den Neos untersuchen. Nur untersuchen tun sie es schon gar nicht. Das ist bei vielen Sachen so. Stell dir vor, eben, meine Hautärzte verschreiben kaum Aldara-Salbe, weil jedem ist Salbe lieber als eine Operation. Noch dazu, wo ich da keine Rezidive erlebt habe. Ja, jetzt habe ich erlebt, die schwarze Salbe noch viel wirksamer. Ja, also und kostet noch die Hälfte. So, warum sollte die jetzt erforscht werden? Welche deutsche Uni würde das tun? Ja, wo soll das Geld herkommen? Die Pharma wird das nicht tun. Also, wir müssen bei all diesen Dingen immer einkalkulieren. Wir leben nicht in einer patientenfreundlichen Medizinwelt. Wir leben in einer pharmakonzernfreundlichen Medizinwelt. Die bestimmen, was Sache ist. Und das hat ja wirklich bis zu grotesken Auswirkungen. Also, wenn du diese Geschichte mit Methadon anschaust. Methadon ist ja Mittel, um Heroinentzug zu helfen dabei. Wenn du das aber in Minimaldosis nimmst, also nur ein Zehntel davon, dann ist es auch ein unglaublich gutes Schmerzmittel. Jetzt haben das einige in Hospizen, ein Professor Hilscher heißt der, Dr. Hilscher, der hat das als Schmerzmittel genommen. Das kannst du off-label verschreiben sogar. Naja, jetzt haben sich herausgestellt, im Hospiz wartet man ja, dass die Leute sterben sozusagen. Aber da sind dann jetzt einige gar nicht gestorben. Die leben viel länger. Und ist mal draufgekommen, eine deutsche Biologin aus Ulm, dass die Geschichte mit dem Methadon zusammenhängt. Und dass man mit dem Methadon die Krebszellen sensibilisieren kann, sodass schon gering dosierte Chemotherapie richtig gut wirkt. Eine verblüffende Sache. Dann haben die im Fernsehen bei Stern-TV auch noch einen Patienten, der hatte ein Glioblastom und der ist gesund präsentiert. Das ist eine Sensation, weil das in der Regel, kannst du da gar nichts machen mit Methadon-Therapie. Das habe ich gesehen. RTL hat das dokumentiert sogar. Da muss ich sagen, Chapeau. Wirklich großartige Sendung gewesen, wo man das Methadon sehr gelobt hat. Einfach im Zusammenhang mit der bestehenden Schulmedizin. Nur der sprengende Punkt ist jetzt, danach ging gleich eine Welle los von Schulmedizinern, die sich gegen Methadon ausgesprochen haben. Ohne zu prüfen. Natürlich. Ein Professor von, also ein ganz unseliger Mensch aus Heidelberg, der hat also wüst gegen Methadon projiziert, muss man sagen. Viel zu viel Nebenwirkungen und so weiter. Das Problem ist, Methadon kostet im Quartal 24 Euro. 24, 2, 4, nix. Da sagt sogar die Herausgeber der Deutschen Arzneimittel-Zeitung, dass es nicht mal in Apotheken eine Chance hat, weil die auch nichts verdienen können daran. So weit ist es schon. Die bezweifelt, dass die Pharma das untersucht. Aber jetzt kommt dieser Professor. Der hetzt, kann man sagen, gegen Methadon ohne einen Schimmer, ohne zu wissen, wie die Dosis ist und so weiter. Zugleich aber finden die Reporter raus, dass der ja für ein Mittel spricht, was nachweislich nicht hilft für Avistin. Avistin kostet im Quartal 25.000 Euro und er hat dafür Roche, den Pharmakonzern, mitentwickelt. Okay. Der spricht als Professor einer deutschen Universität Heidelberg, spricht er auf dem Kongress, Symposium oder sowas, für Roche, für Avistin. Wo schon durch Studien klar ist, du lebst keinen Tag länger mit Avistin. Das ist ein nutzloses Mittel. Aber es kostet so viel und er hat es mitentwickelt und er lobt es als deutscher Professor. Die Journalisten gehen hin zu dem und fragen ihn, ob er da nicht einen Interessenkonflikt sieht. Hetz gegen Methadon, wo es so viele positive Geschichten gibt, spricht immer noch für Avistin, was widerlegt ist. Dann sagt er drauf, da sieht er keinen Interessenkonflikt. Und das, finde ich, ist der Skandal. Der Mann ist nicht nur ein Skandal mit seiner Art. Das ist einfach in der Medizin verbreitet. Ich kenne ein paar Professoren und auch, die in diesem Bereich tätig sind, die schämen sich für den. Also als Arzt muss man sich für so jemanden schämen, der einfach seinen, ja, wie soll man sagen, sich von der Industrie bezahlen lässt, gegen Konkurrenzprodukte, die den Menschen helfen könnten, hetzt und für etwas spricht, nur weil er es entdeckt hat und weil es der Firma Roche eben Geld bringt, positiv redet. So einer gehört ja aus meiner Sicht aus dem Verkehr gezogen. Der gehört auch ohne Pension entlassen aus seiner Professur, für mein Gefühl. Das kann doch nicht sein. Da ist ein totaler Interessenkonflikt. Ja, den würde man in der Politik rausschmeißen natürlich, selbst in Deutschland noch, wo ja Lobbyismus einfach das tragende Element geworden ist. Gut, die Journalisten gehen noch einen Schritt weiter, gehen zu dem Ludwig-Chef, also Professor auch, Vorsitzender dieser Arzneimittelkommission. Und der sagt, naja, wir können einfach nichts mehr ohne Pharma-Geld machen. Das ist schrecklich. Wir können keine objektive Forschung machen, das ist immer Pharma gefärbt. Gehen die zu den beiden zuständigen Ministern, ob es da nicht ein Problem gibt. Die Minister sehen kein Problem. Also an dem Fall, und dafür bin ich dem ja schon fast wieder dankbar, dem Heidelberger Professor, wird deutlich, wie es um die deutsche Medizin steht. Die ist nicht mehr patientenorientiert, die ist Pharma besessen und besessen davon, für die Pharma Geld zu verdienen. Das ist leider die Situation. Das ist beschämend, als Arzt sowas sagen zu müssen. Und ich kenne auch, wie gesagt, viele Ärzte, die schämen für den Typen. Aber er ist nicht untypisch, er sieht keinen Interessenkonflikt, das läuft so. Da hast du gerade das Positive noch zu diesem Sendunginhalt noch gesagt. Es gibt viele Ärzte, die denken anders. Die wollen heilen, weil sie das als Berufung haben, weil sie ein Eid geschworen haben und auch den Weg suchen dahin. Wir haben alle den hypokratischen Eid nicht mehr geschworen. Das muss man einfach sagen. Der beschäftigt sich wesentlich damit, dass man nicht abtreiben darf. Und das ist ja heute einfach, wird ja abgetrieben von Ärzten, Medizinern. Also diesbezüglich, auf den Eid können wir uns leider nicht mehr berufen. Der hängt noch hier bei unserem Hausarzt Dr. Sigmund, hängt ja noch im Wartezimmer, finde ich auch wundervoll. Aber der ist es nicht mehr. Da ist es, schaut schlechter aus, als die meisten Leute sich das vorstellen. Aber ich hoffe ja, dass der Druck, den die Journalisten erzeugt haben, das sind ja auch noch wirklich Journalisten, die jetzt der Wahrheit nachgehen. Dass der dafür sorgt, dass da sich was tut. Dass Methadon mal untersucht wird in Studien. Denn bisher ist es natürlich nicht untersucht. Avistin ist untersucht, bringt nichts offensichtlich und wird weiter vermarktet. Kann man überall hören. Avistin-Behandlung. Und der Punkt, warum das Methadon schon keine Chance hat, ist, weil es nichts kostet. Das ist ja schon tragisch bei der Situation unserer Kassen. Niemand hat Interesse, was zu vermarkten und zu verkaufen, wenn es nichts kostet. Aber man gibt ja keine Marge. So ist es. Von dem her, Rüdiger, die Zeit ist schon wieder durch. Das tut mir so leid. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen auch so viel Spass und interessante Seiten und Sichtweisen dargelegt. Insbesondere nämlich über unsere unbewussten Gedanken, dass wir hier sehr wohl neurowissenschaftlichen Modellen zu nah etwas machen können. Beschäftigen Sie sich bitte auch mal mit dieser Sichtweise. Wenn wir hier nämlich Klarheit haben über das, was wir denken, haben wir vielleicht auch viel, viel mehr Einfluss auf unsere Gesundheit. Und das wünsche ich Ihnen ganz von Herzen. Lieber Rüdiger, danke vielmals für deine klaren Worte. Es gibt selten Mediziner wie du, die einfach Klartext sprechen. Und das sind wir unseren Zuschauern einfach schuldig, dass Sie, liebe Zuschauerinnen, sich eine eigene Meinung machen, wenn Sie nämlich solche konträren Situationen in Gesprächen einfach von uns hören. In diesem Sinne alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.